UNTERTITELUNG Hat er noch Kinder? Andere Kinder? Nein. Er hat sich immer welche gewünscht. Die ist von deinem Vater. Er gab sie Freunden zur Aufbewahrung. Nach dem Krieg bekam er sie zurück. Nach dem Krieg? Ist er nicht in einem Lager gestorben? Nein, mein Junge. Wir hatten beide Glück. Wir haben sie durch. Wir sind in einer Flugabbeschrecke. Wir haben sie durch. Wir werden sie durch. Aaaaaah! Jaaa! 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 Oh, der da ist so eine Art... Ja, ich bin schon bei dir. Ja, ich bin schon bei dir. Ja! Inhäuner! Ja! Ja! Ich bin da. Simon. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Mein Vater ist. Ich habe keine. Es war um den Brief, oder? Ich habe mich nicht anständig, um den Brief zu bekommen. Mein Vater hat überlebt Krieg. Stop, Simon. Aber es war das Beste, was er? Er würde unsere perfekte Familie verstören. Jetzt reicht es!